Wir haben ja einen Schweinenschlüssel. 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 Und wir freuen uns auf unsere Nummer 3, Marius Wickelmaden. Wir haben ja einen Schweinenschlüssel. Wir haben ja einen Schweinenschlüssel. Wir haben ja einen Schweinenschlüssel. Und wir haben ja einen Schweinenschlüssel. Wir haben ja einen Schweinenschlüssel. Und Litsch! Vorhin gibt es noch Spielzeuge. Sollen wir dann fertig? Ja. Dann hast du da eine Feuertaufe bestanden. Was haben wir noch? Halbe. Halbzeit! 30 Minuten! Das ist schon mal ein Unterschied. 30 Minuten über 30 Sekunden. 5 Minuten über 30 Sekunden. Oktober Mitte. 10 Minuten über 30 Minuten über 30 Sekunden. 1 Minuten über 30 Sekunden. 1-Hin.